Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war ja nicht alles zu erwarten, oder? Ja, ich finde es trotzdem scheiße. Und wenn wir diese Grenze erreicht haben. Ich bin der Mann hier in diesem Haus. Ich hatte einen beschissenen Tag heute. Sehen wir uns gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Wie konnte ich nur so blöd sein, einen Kerl wie dich zu heiraten? Wenn uns der Gedanke an jeden weiteren Tag Einen erfolglosen Zeug war. Du willst jetzt nicht sagen, dass ich, ich schuld bin an ihrem Zustand. Jede weitere Sekunde und jeden weiteren Atemzug Mehr Ängstigte als der Tod selbst Wie würdest du dich entscheiden? Ich hab's hier, mir steht er ist hier. Hau auf! Ich lass mich von dir nicht maßregeln wie ein kleines Kind. Schon gar nicht am Geburtstag unserer Tochter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.